Ja, ich bin Barbara Brückner, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Emotionsgott und mir liegt das Thema Familienschicksal am Herzen. Familienschicksal, das ist so wichtig, denn unter deutschen Bächern gibt es so viele Menschen, die leiden, weil in der Familie irgendetwas los ist. Das heißt, vielleicht ist jemand krank, vielleicht ist jemand gestorben, vielleicht gibt es Streitereien und jemand leidet darüber. Wie kann es möglich sein, trotzdem wieder glücklich zu sein und wieder sich richtig gut zu finden und wieder in die Spur zu kommen? Und dafür habe ich dieses Buch beschrieben. Ich habe es beschrieben, gemeinsam mit verschiedenen Experten und auch betroffenen Menschen, zum Teil auch bekannte Menschen. Und die haben ihr bestes Wissen gegeben, um Menschen zu helfen, dass sie auch wieder ins Glück zurückkommen. Das Buch ist zu bestellen im Internet auf der Webseite www.familienschicksal.de. 18,50 Euro, das ist der Preis. Und das ist der Preis dafür, um zu erfahren, wie kann es wieder besser werden. Die vielen Experten geben direkt Tipps dabei und was ich auch noch anbiete, ist ein Arbeitsbuch dazu. Denn das soll kein Lebensratgeber sein, der mit vielen anderen im Regal verstaubt, sondern es soll wirklich dein Leben verändern. Mir ist es unglaublich wichtig, dass wir das Leben verändern von Menschen, die sich fühlen in einer Situation, wo sie denken, es geht nicht weiter und sie haben kein Glück mehr im Leben. Deshalb schaut auf diese Seite, dort steht alles ganz genau. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Mir ist es auch besonders wichtig, mit meinen Lesern in Kontakt zu kommen. Denn das ist noch einmal etwas, was vielleicht mein Buch zu anderen Buchern unterscheidet. Ich möchte, dass die Leser einen Ansprechpartner haben. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich über Fragen und bin für alle da und helfe jedem weiter, der sein Familienschicksal in den Griff bekommen möchte und wieder glücklich nach vorne schauen möchte. Ich freue mich über angesנו. Ich freue mich überras in unseren worstfasi. Untertitelung des ZDF, 2020